Hallo, ich bin jetzt gerade in Luxburg, suche mir ganz billige Tankstelle. Bei uns kostet es ungefähr 1,58 und hier habe ich schon gesehen 1,44. Aber da suche ich mir noch ein bisschen weiter. Das stinkt wie verrückt, nach Benzin überall hier. Oh, jetzt habe ich eine gefunden für 1,35. Das ist ganz gut, da tanke ich. Kaffee, Zigarette, Alkohol, alles kriegst du hier zu kaufen. Auch sehr billig, hauptsächlich Kaffee und Zigarette. Ihr seht, Kaffeehark 1,79, 2,25 Kaffee Melita, dann 2,25 Bohnenkaffee 5,69, ganzes Kilo. Italienischer Segafreda, ganzes Kilo für 5,49. 8,99, Lavassa, Kilo und Gala Kaffee, Bohnen 6,19 für 1,39 und billig Kaffee. Also super zum Einkaufen.